hallo hallo ihr lieben ich begrüßen zu dürfen hallo das klingt ja ein bisschen nach einem hangover nach dieser geburtstags feiern diesen freien vormittag habe ich wirklich gebraucht gut bei mir ist das sowieso kurz nach 2 uhr morgens also das kommt ja eigentlich ich hoffe ihr habt genossen gestern bei dieser jubiläumsfeier dabei zu sein hey britta wunderbar wir sind hier mal ein team britta ist host ich ersetze hier den hartmut oder hartmut ersetzt mich außerhalb von raum sein das ist immer alles wie man es sehen möchte aber es ist immer gut so zu wissen dass christus der auferstandene jesus christus in dieser aktion und demonstration der auferstehung immer immer zu jedem moment zu jeder zeit eine voll einen vollen ersatz von jedem von uns ja parat hat und es ist nicht ein ersatz wirklich in der demonstration von irgendetwas so wie es das erscheinungsbild aufzeigt sondern es ist ein ganzer ersatz und das ist die die anerkenntnis und die demonstration das für mich selber sprechen dass ich als eine erscheinungsform eines menschlichen wesens einer körperlichen erscheinungsform tatsächlich wahrlich und ehrlich mit licht ersetzt wurde der ersatz ist ein ist 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 nicht einmal ja vielleicht am weg noch in der wahrnehmung eines licht körpers am besten beschreibbar aber letztendlich die erkenntnis licht selbst zu sein weil licht uns erschaffen hat und was wir erschaffen wurden durch das licht gottes die liebe gottes so sind wir auch geblieben und dieser dies zu erkennen und nicht mehr in verbindung zu bringen oder zu verwechseln mit irgendeiner idee die wieder vorübergehend ist die irgendetwas anbietet auf der zeitlinie dass wir zeitweise miteinander anscheinend austauschen und konsumieren können sondern diese idee wirklich in erkenntnis zu bringen ist die antwort auf die frage was ist die welt weil diese antwort in unserem geist nicht nur ein echo ist sondern die schau christi festigt dass hier nichts da ist was wir überhaupt als welt bezeichnen können und das mag vielleicht hier in den ersten minuten bereits den großteil von uns zu irgendeinem zeitpunkt auf der zeitlinie aussortiert haben weil das nicht akzeptabel war zu sehen wie das was halluziniert wurde im geist was gemacht wurde als erscheinungsbild als vorstellungsbild in dem moment des erkennens des anerkennens bereits im verschwinden zuerst wahrgenommen und dann erkannt wird dass es nie da war nichts ist und auch nie nie mehr wiederkommen wird als etwas das was wir miteinander teilen ist unsere erfahrung wo wir ganz persönlich stehen in der ehrlichkeit mit uns selbst wie wir eine welt sehen wie wir die welt die welt existiert ja nur für mich in meinem eigenen geist nur für dich in deinem eigenen geist was für ein trugschluss an dem wir geglaubt haben dass die welt die ich sehe du genauso sehen würdest dass die welt die ich existenz als existent und real hielt du genauso gleich wirklich und real halten müsstest und was für eine entspannung was für ein ein erkennen des vollkommenen losgelöst seins zu sehen dass britta mein host ist und die aufnahme und ich frage mich darum nicht zu kümmern allein diese kleine idee ist die demonstration dass dass wir hier nichts tun und dass alles was getan werden will um die die sohn schafft als eins zu erkennen tatsächlich außerhalb von raum und zeit getan wird tatsächlich im geist christi getan wird und das getan wäre getan groß geschrieben weil es kein tun ist sondern ein ein wahrer gedanke ein gedanke gottes ein gedanke in der ausrichtung mit gott und die der titel der lektion wo wir sind 243 ich will heute über nichts urteilen was geschieht nichts über nichts urteilen was anscheinend gesehen geschieht hat ja diese erste prämisse ganz klar gesetzt dass wir mit uns selber ehrlich sein müssen dass wir ehrlich sein wollen mit uns selbst und was bedeutet ehrlichkeit in der idee der beständigen wendigkeit wie jesus es im handbuch der lehrer weiter erklärt anderes als ehrlich mit der wahrheit über mich selbst und das was ich meine welt bezeichnet bin und werde anerkenne was tatsächlich wahr ist und du weißt ob du am ersten tag hier dabei bist oder schon sozusagen ein alter kurshase kurs hessin bist du weißt ganz genau dass das was du als welt wahrnimmst nicht wirklich ist oder nicht die wirklichkeit repräsentiert nicht diese wirklichkeit in der du dich selbst erkennst und weißt wer du bist und selbst wenn du das überhaupt nicht in worten gleiten kannst oder ausdrücken kannst du weißt es in deinem geist aber in dem hinweis mit dieser lektion 243 werde ich aufgefordert dass ich heute nicht denken will dass ich bereits erkenne was jenseits meines gegenwärtigen verfassungsvermögens bleiben muss ich will nicht denken dass ich das ganze aus stückchen meiner wahrnehmung verstehe die alles sind was ich erblicken kann siehst du sofort wie das den geist öffnet und wie das den geist hinführt so in an diesem punkt des unbekannten des nicht wissens über etwas aber alles wissen darüber wer ich bin wer wir sind erkenntnis ist reines wissen darüber erkennen ist mit seinem geist zu denken beziehungsweise seinen geist anerkennen ja es ist seine stimme ja es ist seine botschaft ja es ist die eine wahrheit die uns ich mich uns alle gleichermaßen nicht nur definiert sondern ganz klar bestimmt wer wir sind ich kann mich selber nicht wirklich bestimmen wer ich bin in illusionen in stückchen aus meiner wahrnehmung ich begreife heute dass es so ist wie es mir jesus lehrt dass ich vom urteilen entbunden werde urteile die ich nicht fällen kann ich nicht treffen kann und hier ist der pammer dieser ganzen lektion ich befreie mich selbst ich befreie mich selbst mit der macht der entscheidung in dem ich wähle ob ich hier nur ein anderes urteil eine andere bedeutung nachgehen glauben schenken möchte wieder wirklich halten möchte und das als die großartige spirituelle erkenntnis spirituelle neue wahrnehmung bezeichnen wir haben das gerade geteilt in der stunde davor in unserer arbeitsgemeinschaft universelle inspiration jeder herzlich eingeladen trifft sich momentan glaube ich jeden dienstag um eine stunde vor dieser session sondern dass es wirklich darum geht und ein angebot gegeben ist hier alle wahrnehmungen als gleich illusionär zu erkennen und somit nicht dem glauben zu schenken dem nicht wirklichkeit zu geben diese illusionären wirklichkeit nicht zu verteidigen nicht vor meinen brüdern verkaufen zu wollen nicht meine brüder in die ecke stellen und bereits pfeil und bogen oder was immer richte sie nicht weder angreifen werde noch in frage stellen werde sondern einfach nur erkenne dass alles hier was wahrnehmungsebene betrifft was wahrnehmungswirklichkeit betrifft einer läuterung bedarf einer reinigung des geistes bedarf purification heißt es auf englisch diese geistige läuterung ist keine sache die hier ein bisschen herumschockiert da ein bisschen herumschockiert wird sondern es ist ein ersatz mit der wahrheit selbst was ist die wahrheit das was du bist und wenn du dich erinnerst was du bist wer du bist du bist du bist wie gottisch schuf du bist sein heiliger sohn in alle ewigen zeiten du bist das was im gesamten traum im gesamten universum in jeder ecke deines denkvermögens dasselbe ist nicht bedroht wird nicht bedroht werden kann sich selber nicht in angst versetzt nicht durch angst oder mittels angst versucht hier die diese alternativen zu kommunizieren sondern einfach nur die stille demonstriert in worten in gesänge in den fenzen und dann tanzen in was immer für einen ausdruck kochen kinder aufziehen erziehen dich selbst schulen zu einer anderen neuen ausdrucksweise geben teilen im service stehen für unsere brüder für die welt wie kann ich helfen ich bin hier und um wirklich und nur nützlich sein zu wollen für ihn wie der heilige geist uns zeigt wie diese umwandlung aller illusionen dieses übersetzen er ist ja der übersetzer der wahre übersetzer wie alle illusionen in wahrheit übersetzt werden und du bist hier um in diese um diese funktion anzunehmen in diese seine fußstapfen zu treten und dein bestes zu geben die ist durch deine eigene demonstration so zu repräsentieren dass es nicht mehr missverstanden werden kann dass es nicht mehr so verwendet werden kann um weiterhin auf der zeitlinie als irgendjemand als wieder ein körper und wieder zu sterben und wieder in der angst zu verbleiben und wieder schuld zu projizieren interpretiert werden kann oder geteilt wird sogar und dafür bin ich für mich selbst und wir alle ganz individuell verantwortlich und diese verantwortung hat in wirklichkeit egal jetzt ob erste session oder alter kurshase hat jeder von uns angenommen oder wir werden nicht hier und wir befinden uns offensichtlich heute an welchem tag sag zu mir am tag eins danach heute ist tag eins danach und das kannst du jetzt interpretieren wie du möchtest weil danach sagen wir mal danach großgeschrieben nach der Demonstration der Auferstehung ist dasselbe wie nach der Einjahresjubiläumsfeier am Tag danach weil da fällt ja alles zusammen da sieht der Geist so richtig dass alles was noch wahrgenommen wird oder innerhalb vom Wahrnehmungsbild erscheint wirklich nur Dunkelheit repräsentiert wirklich da ist kein Schuss drinnen da ist keine Substanz da da ist kein Licht da da ist keine Liebe darin da ist alles nur so wir kennen ja jeder hat solche Phasen genannt einige sind ein bisschen länger darin geblieben und vielleicht sogar in Institutionen eingewiesen worden mit schlimmen Depressionen es gibt eine Erwachensdepression auch und das ist genau dieser Punkt wenn erkannt wird dass das was noch im Traum gesehen wird tatsächlich nichts beinhaltet nichts besagt nichts bewirkt keine Aussagekraft hat nichts tut nichts heilen kann nichts korrigieren kann nichts keine Fortschritte bewirken kann und all dies es ist eine Erkenntnis der vollkommenen Unsinnlosigkeit des Daseins als Mensch und in der menschlichen Existenz und ohne dies zumindest zu kosten einmal einzu inhalieren du brauchst nur einen Hauch davon weil das ist der Hauch des Todes wovon Jesus spricht du brauchst nur einen Hauch davon und du weißt ganz genau wovon ich spreche du weißt ganz genau dass das kann es nicht sein und das kann es nicht gewesen sein wo ist Gott wo ist das Licht wo ist die Liebe wo ist mein Bruder wo ist eine wahre Reflexion meiner selbst wo ist irgendetwas was ich als wirklich erkennen kann wo ist Gott wo bin ich selbst in dieser Erkenntnis darüber wer ich wirklich bin und erst dies zu sehen und anzuerkennen dass wir hier Trauminhalte illusionäre Trauminhalte jeder einzelne ich für mich selber gerechtfertigt haben seit Anfang der Zeit und somit veränderbare veränderliche Traumbilder aufrechterhalten haben einkategorisiert haben in wertvoll oder wertvollere und weniger wertvoll oder nicht wertvoll und wertvoll und so unser sogenanntes Leben ausgerichtet haben dass wir uns an dem halten wollen was uns dann entweder bequemer vorgekommen ist erschienen ist oder uns ein bisschen besser fühlen ließ über uns selbst einer meiner großen Lehrer und das geht zurück schon als ich in Indien war und hat sich wiederholt als ich mit im Kurs dann angekommen bin hat mir ganz klar gesagt das einzige Problem das Mensch jemals haben könnte ist sich aus dieser Erkenntnis am Tiefpunkt seines Geistes wieder zu erholen die Idee ich könnte mich erholen aus diesem Erkennen des Nicht-Daseins und Nicht-Existenz meines halluzinierten Weltbildes ist der Punkt der Transformation braucht der Instruktionen bedarf der dieser diese Geistesschulung bedarf weil darin stehen zu bleiben einen Moment lang in diesem Nichts in dem in dem dieses ganze Universum auf einen einbricht einstürzt das ist das ist wie wir erwachen das ist wie das Licht dann erkannt wird oder reinkommt und sich zeigt okay hier ist ist das einzige wirkliche dass du immer gewesen bist immer sein wirst und jetzt erkennst dass es auch tatsächlich da ist und du bist und so befreie mir selber ich befreie mich buchstäblich in diesen Loslassungsprozess der Bedeutungen die ich mir selbst dir der ganzen Welt gegeben habe ich mache die Welt von allem los von dem ich dachte dass sie ist oder dass sie sei ich befreie mich selbst sagt er in der heutigen Lektion und das worauf ich schaue um in Frieden zu sein wie Gott und Schuf ich lasse die Schöpfung frei Vater ich lasse sie frei sie selbst zu sein das zu sein was sie wirklich ist nur die Wahrheit ist nur die Wahrheit ist wahr nichts anderes ist wahr ich in meiner Selbstdefinition bin nicht wahr ich bin nur wahr in der Erfahrung und im reinen Wissen darüber wer ich bin und wir bezeichnen es als Erfahrung aber es ist nicht eine Erfahrung oft eine zeitliche Erfahrung es ist eine Erkenntnis im Moment selbst und daraus ehren wir dann alle Teile in denen ich eingeschlossen bin in denen ich gemeint habe Teil zu sein und erkenne wie es im Gebet ausgedrückt sind wir sind eins du ich wir als ein Geist und Gottes Geist sind eins wir sind eins mit Gott weil jeder Teil unsere Erinnerung enthält seine die seine Erinnerung ist die Erinnerung an ihn ist die sein die Gottes Erinnerung als wir wahre Erinnerung ist wer wir wirklich sind ja und diese Erinnerung ist nichts anderes als der Schöpfungsgedanke selbst die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten und ich bin heute sogar ganz klar darüber gestolpert in der Einleitung zu diesen Lektionen zu dieser Sequenz 2.41 bis 2.50 was die Welt ist nicht nur in diesen klaren Darstellungen die Welt ist falsche Wahrnehmung die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht sie ist ein Symbol der Angst sie ist aus dem Irrtum geboren hat ihre Quelle nicht verlassen und so weiter und so fort großartige Erkenntnisse wir können darüber stundenlang tagelang lebenlang lehren aber was mich dann richtig erschüttert hat oder gepackt hat diesmal war dann in dieser Erklärung wie wir eigentlich diese Welt wirklich halten und dass Mechanismen der Illusion geboren wurden anstelle der Wahrheit anstelle Gewissheit darüber zu haben wer wir sind und sie gehen hin zu finden was zu suchen ihnen aufgegeben war dritter Paragraph und ihr Ziel ist es jenen Zweck zu erfüllen den zu bezeugen und wirklich zu machen die Welt gemacht war sie sehen in ihren Illusionen und hier ist es eine solide Basis das ist eine Wirklichkeit eine angebliche Wirklichkeit wo die Wahrheit existiert die Wahrheit Anführungszeichen wo die interpretierte Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird doch alles was sie berichten hier ist die Aussage hier ist die Botschaft von Jesus ist nur Illusion die von der Wahrheit getrennt gehalten wird all das was sie uns so gerne und oftmals verkaufen als ich weiß das besser oder ich weiß es ja sowieso ist nichts anderes als eine illusionäre Wahrheit die versucht aufrechterhalten zu werden getrennt von Lügen noch gerechtfertigt zu werden aus welcher Quelle ich sie immer auch bezogen habe das ist es ja aber wenn es wirklich die Wahrheit gewesen wäre wäre niemand von uns mehr hier wir sind hier um anzuerkennen was wir illusionär gehalten haben als Illusion gemacht haben nun der Wahrheit zu übergeben die Wahrheit durch den Heiligen Geist so zu empfangen dass es nicht mehr fehlinterpretiert werden kann dass es nicht mehr missbraucht werden kann um sich in einer körperlichen getrennten Existenz von seiner Quelle zu definieren verstehst du wovon ich spreche? ich weil all das dazwischen ist wie wir wie wir hier nicht nur ständig gespielt haben sondern uns in der Angst gehalten haben und nur ich für mich du für dich selber kann hier dieses Gebet in den Himmel posaunen ich bin jetzt bereit die Aufhebung der Angst das ist ja auch der Titel von Kapitel 28 die Aufhebung der Angst für mich zu wollen alles zu geben meine Macht des Geistes so anzuwenden dass hier nichts mehr mit Angst in Verbindung gebracht wird nicht mehr in Angst erfahren wird und nicht mehr als ein Angstgedanke demonstriert oder geteilt wird das ist der Sinn und Zweck dieses Kurses das ist die Essenz und wenn wir das wirklich annehmen für uns dann verschwinden Kontroversen von selbst dann geht es nicht mehr darum wie Geimpfte oder Ungeimpfte weiterhin sich bekriegen können oder sich mit irgendwelchen Schuldzuweisungen in die Ecke stellen können sequestrieren aus der Gesellschaft und hier was da alles sind ja alles Gelegenheiten und es sind genau diese Gelegenheiten in denen wir die Chance haben uns an die Wahrheit zu wenden und nicht mehr an ein weiteres Wahrnehmungsbild ein richtiges Anführungszeichen Wahrnehmungsbild es gibt kein richtiges Wahrnehmungsbild die Wahrnehmung wird ersetzt mit der wahren Wahrnehmung und diese wahre Wahrnehmung die wird uns gezeigt durch die Stimme des Heiligen Geistes durch den Heiligen Geist selbst Christus Christi Schau ist die wahre Wahrnehmung Christi Schau sieht nicht Illusionen sie sieht die Illusionen aber sie wird sie nicht aufrechterhalten sie wird sofort umgewandelt sie wird sofort zu Licht dem Licht übergeben und dies ist unsere Aufgabe dies ist was wir vom Tag 1 danach als unsere Funktion anerkennen mitnehmen wollen in unsere Beziehungen mitnehmen wollen in unsere Streitgespräche mitnehmen wollen in unsere Diskussionen mitnehmen wollen in unsere Analysen nichts falsch daran das sind alles das sind ja nur Erscheinungsbilder von Spielzeugen oder Spielsituationen aber wenn ich bereit bin meinen Bruder wirklich rein zu lassen dann werde ich ja als erstes Interesse zeigen und ein Interesse bekommen für die für irgendeine Idee wie sie sich zeigt weil mein Interesse nicht an der Idee oder am Resultat der Idee liegt sondern mein Interesse liegt an der Verbindung mit dir als Bruder und wir unter uns als Brüder Brüder heißt hier eine Reflexion zu sehen und zu erkennen wer ich selber wirklich bin das ist nicht nicht einmal eine Figur die neben mir steht oder mit mir nach Hause geht es ist die reine Reflexion und das Hochhalten der Wahrheit selbst und sicher die Wahrheit zu reflektieren durch Ausdrucksweisen ob es Worte sind oder was immer für künstlerische Fähigkeiten wir wissen schwierig und nicht nur schwierig sondern letztendlich sogar unmöglich weil es ständig nach wie vor auch in Verbindung steht mit Bedeutungen aus der Vergangenheit oder mit Ideen was es dann bewirken zugute sein sollte der helfen könnte der einzige wirklich das einzige Kreative sich ausdrücken ist alles loszulassen in dieser Verbindung mit der Quelle mit dem Heiligen Geist in dem Sinne Kanal zu sein und selbst das ist schon zu viel gesagt weil ein Kanal ist auch schon eine Identität sondern wirklich nur zu bitten und zu beten verwende mich um das zu demonstrieren was du Vater demonstrieren möchtest durch den Heiligen Geist wie du dieses Licht einfach ausdehnst Gott hat keine Bedingungen Gott stellt keine hat keine Vorstellungen was er zurückbekommen müsste warum sollte das dann sein Sohn so haben oder verfolgen und wer weiß vielleicht hast du Pinsel und Leinwand vor dir und möchtest etwas malen und der Heilige Geist drückt sich aus durch einen Gesang oder jetzt gehen wir einkaufen fürs Abendessen ich war gestern sehr inspiriert und ich habe eine Nachbarin die nach England umziehen wird und eine andere Nachbarin eingeladen zum Abendessen und wir sind da draußen im Garten gesessen und haben ein Abendessen geteilt und ja einfach was wir miteinander geteilt haben und besprochen haben mag vielleicht simpel und scherzhaft oder als vernachlässigbar unbedeutsam anerkannt werden aber das Licht das wir miteinander geteilt haben das Licht das wir nicht nur geteilt sondern anerkannt haben das hat es für mich getan das war die Gabe Gottes selbst die ich empfing und zurückzukommen nochmals auf diese Einleitung ich habe ja nur ein paar Worte ein paar Sätze herausgepickt ganz unten am Ende der Einleitung werden wir ja auf die Vergebung hingewiesen und die Vergebung vollständig zu machen und Jesus sagt uns da und das sagt er dir jetzt wie er es mir sagt wir müssen die Welt erlösen sagt er wir müssen da gibt es keine Wahl denn wir die wir sie machen müssen sie und hier ist der springende Punkt durch Christi Augen sehen damit das was gemacht wurde um zu sterben dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann erst der Korintherbrief 15 kannst du das nachlesen wie das Vergängliche zum Spirituellen zum Unvergänglichen gemacht werden muss mit Christi Augen sehen ist nicht ist nicht eine andere alternative illusionäre Wahrheit zu verbreiten oder versuchen zu teilen mit Christi Augen zu sehen heißt es so zu sehen und das zu sehen was wirklich gesehen werden kann und jeder von uns hat diese Fähigkeit weil sie uns in der Schöpfung selbst gegeben wurde aber was gelernt wird ist dass hier keine Vermischung mehr da sein kann mit irgendeinem Angstgedanken mit irgendeiner Angst darunter und vielleicht ist dir das ja aufgefallen in all diesen Gesprächen oder Diskussionen oder wie auch immer geatmeten Kommunikationen über was weltlich auf der weltlichen Bühne anscheinend vor sich geht wie schnell der Geist der irgendetwas einen Standpunkt eine Position verteidigt in Wirklichkeit nur in der Angst ist und versucht aus der Angst sich entweder zu beschützen oder zu rechtfertigen oder das Konzept selbst zu verteidigen und als wirklich darzustellen ein geschulter Geist und du bist ein geschulter Geist oder du wärst nicht hier wird mit dem Heiligen Geist es so lange bearbeiten bis nur mehr die Wahrheit ganz klar durchscheint das heißt es kann nicht um irgendetwas gehen es kann nicht etwas falsch und etwas richtig sein es ist alles wie es ist aber wie ist es denn in Wirklichkeit und das was es wirklich ist das wird durch die durchscheinende durchleuchtende Wahrheit uns aufgezeigt und dann ist es ah ja erinnere mich natürlich ist ja ganz klar jeder wenn immer wir die Wahrheit durchscheinen sehen mit Christi Augen sehen und damit die Welt unsere Welt erlösen haben wir zumindest in dem einen Moment des Aha in dem einen Moment in dem Aha Moment weiß der Geist dass dies die Wahrheit ist und dass es dafür keinen Kompromiss gibt nicht kompromittiert werden kann nichts daneben stehen kann und auch nichts daneben steht auch wenn wir wieder irgendetwas daneben hinstellen die Frage die wirklich dann am Tisch steht ist bin ich tatsächlich bereit in Angstfreiheit zu leben und mich zu zeigen oder brauche ich noch diesen Schutz der Angst weil ich mich damit ja klein mache und begrenze und etwas demonstriere was ich niemals sein kann niemals war und was tatsächlich nichts ist ob ich diesen Schutz wahl um weiterhin das nichts aufzuzeigen oder mich so zu demonstrieren benötige oder ob ich wirklich bereit bin und mir ein ganzes Jahr gebe dass zwischen der Wahrheit und mir keine Angst stehen kann wenn ich wirklich erkennen will wer ich bin und somit ist jede Situation jedes Erscheinungsbild eine Gelegenheit hinzublicken ob nach wie vor Angst da ist oder Angst in der Hintertür wieder reinkommt und gesehen und übergeben werden will oder ganz klar beantwortet werden will davon habe ich keinen Nutzen mehr ich will nicht mit dir eine heilige Beziehung eingehen und als Gastgeschenk dir die Angst mitbringen das wäre das wäre wie wenn ich dir eine neue Matratze schenke aber sie kommt mit ein paar Bettwanzen ich glaube nicht dass dir das sehr dass dir das sehr gefallen würde nichts gegen Bettwanzen wir dürfen auch die Bettwanzen lieben lernen aber die Saugidee dass jemand dein sogenanntes Lebenselixier Blutsaugt willst du eigentlich beantworten in ist ja auch eine wirklich eine interessante Idee das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Klasse was wem das überhaupt passiert kann irgendjemand irgendetwas irgendetwas etwas aus dir raussaugen wenn du bereit bist zu geben nur zu geben immer mehr zu geben in der Ausdehnung lebst das ist dann ist ja auch so eine Idee die anscheinend versucht das Licht aus dir raus zu saugen nicht notwendig weil du ja in der Ausdehnung bist und das ist die Einladung das ist die Einladung die ich höre wie Christus der auferstandene Jesus von Nazareth sie mir uns anbietet und lehrt in seinem Kurs so wie jetzt so wie in jedem Kontakt in dem er eingeladen wird damit das ewige Leben als zurückerstattet erkannt werden kann das führt mich ja ich hab da nur irgendwo aufgeschlagen und offensichtlich passt dir alles wunderbar zusammen weil ich hatte nicht wirklich Zeit mit diesen mit dieser Session da in irgendeine Richtung etwas zu reflektieren in meinem Geist aber wenn du auf Kapitel 19 gehst nein die in das Erlangen des Friedens und du gehst in den vierten Abschnitt was ja die Hindernisse zum Frieden beschreibt und lehrt und wir wissen ja das erste Internis ist sich vom Frieden selbst losmachen zu wollen loszukriegen das nächste Internis ist zu glauben dass der Körper etwas anbietet was Wert hätte und dann kommen zwei ganz interessante Aspekte das eine wird als die Attraktion des Todes was die Angst vor dem Tod beschreibt und das letzte hinter ist das vierte die Angst vor Gott aber im dritten in C also 19,4 C die Anziehungskraft des Todes findest du wie er hier in dem Zusammenhang eine klare Antwort gibt und zwar gehe ich erstmal in den Paragraphen 9 der besagt dass die Angst vor dem Tod vergehen wird wenn ihr Reiz der wirklichen Anziehungskraft der Liebe abgetreten wird und das ist dasselbe wie ich jetzt beschrieben habe wenn wirklich der Geist nur mehr die Wahrheit will und nichts als die Wahrheit und keine Illusion auch keine alternative Illusion mehr akzeptiert das Ende der Sünde das sich ruhig in die Sicherheit deiner Beziehung schmied ist sehr nah geschützt durch deine Vereinigung mit deinem Bruder geschützt und bereit zu einer mächtigen Kraft für Gott anzuwachsen und das kann man auch erfahren wie diese Kraft des Lichtes sich verstärkt in uns und auch wie sie reflektiert wird in deinem Zusammenkommen mit deinen Nächsten und die Erlösung wird als kleines Kind sorgsam gehütet von der Liebe und vor jedem Gedanken bewahrt der sie angreifen würde still wird sie dafür bereit gemacht die mächtige Aufgabe zu erfüllen für die sie dir gegeben wurde deine deine ich übersetze das jetzt selber frei aus dem Englischen was heißt deine neugeborene Zielsetzung deine neugeborene Bestimmung wird von Engeln genährt vom Heiligen Geist in Liebe gehegt und von Gott selbst beschützt sie braucht sie braucht nicht unseren persönlichen Schutz sie braucht nicht deinen Schutz sie ist dein denn sie kennt keinen Tod und in ihr liegt das Ende des Todes in dieser Bestimmung in diesen wahren Sinn und Zweck in dieser einen Funktion die du für dich akzeptierst und weiter unten in der Mitte des nächsten Paragraphen 10 spricht über das Wunder des Lebens dass es zeitlos, zeitenlos ist geboren in der Zeit aber genährt in der Ewigkeit und Jesus spricht dann seht dieses kleine Kind dem ihr durch euer gegenseitiges Vergeben eine Ruhestätte gegeben habt und seht in ihm den Willen Gottes hier ist das Kind von Bethlehem wieder geboren und jeder der im Obdach geht wird ihm folgen nicht zum Kreuz sondern zur Auferstehung und zum Leben und das ist was wir uns hier einander anbieten und den Kurs verwenden um unseren Geist zu schulen nicht mehr zum Kreuz zu folgen wenn etwas angeboten wird was nach wie vor begrenzt ist was nach wie vor nur ein Ausdruck einer illusionären Wahrheit ist folgst du zum Kreuz nein wir folgen zur Auferstehung und zum Leben Elfter Paragraph wenn dir irgendetwas als eine Quelle der Angst erscheint wenn irgendeine Situation dich in Angst und Schrecken versetzt deinen Körper zittern lässt und kalter Angstschweiß ihn überkommt ja und das mag vielleicht durchaus noch passieren aber dann erinnere dich erinnere dich daran dass es immer aus einem Grund geschieht und jetzt spitz deine Ohren das Ego hat es als Symbol der Angst das Ego hat es als Symbol der Angst als Zeichen der Sünde und als Zeichen des Todes wahrgenommen als Zeichen der Angst der Sünde und des Todes wahrgenommen es wurde so wahrgenommen durch diesen Teil den wir den Ego Teil bezeichnen erinnere dich daran dass weder Zeichen noch Symbol mit der Quelle verwechselt werden sollten denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen was ist die Quelle? sag mein Geist mein Geist dein Geist ist die Quelle davon ihre Bedeutung kann nicht in ihnen liegen sondern ist kann nicht in diesen Zeichen und Symbolen liegen sondern ist in dem zu suchen was sie darstellen sie mögen sie alles oder nichts bedeuten je nachdem ob die Idee die sie widerspiegeln wahr oder falsch ist und darum geht es und all das was Begrenztheit illusionäre Wahrheit ausmacht ist was hier als falsch bezeichnet wird die Wahrheit kann nicht ein Gegenteil haben falsch falsches Denken oder falsch gesinntes Denken steht nicht wirklich im Gegensatz zur Wahrheit es wird nur so wahrgenommen in Wirklichkeit denken wir nur in der Wahrheit und mit der Wahrheit und deswegen ist nur das wahr was wir in dieser Ausrichtung mit Gottes Gedanken mit dem Antlitz Christi sehen wie wir es in der Einleitung hatten repräsentiert uns sind wir und ist wahr siehst du dich einer solchen scheinbaren Ungewissheit der Bedeutung gegenüber dann und hier ist der Hinweis auf die heutige Lektion nicht wahr beurteile sie nicht du kannst sie ja gar nicht beurteilen du weißt ja letztendlich nur dass alles zu deinem Besten ist aber du kannst nicht sagen was irgendetwas zu deinem Besten sei und ist ja ich ich weiß nicht was zu meinem Besten ist sagt die Lektion 24 und 25 lehrt mich dann alles alles in meinem Traum dient meinem Besten und zeigt mir dass ich die Wahrheit erkennen kann erinnere dich an die heilige Gegenwart dessen groß geschrieben dessen der dir gegeben war um des Urteils Quelle zu sein die wahre Quelle das wäre nur mehr mit dem Heiligen Geist zu urteilen weil nur der Heilige Geist wahrlich urteilt weil der Heilige Geist nur für die Wahrheit urteilt übergib es ihm für dich zu urteilen hier ist es und sage nimm dies von mir betrachte es und beurteile es für mich lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen noch zur Zerstörung nutzen lehre mich wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache sondern es dich für mich nutzen lasse um sein Kommen zu erleichtern das ist ja ein richtiges Gebet nicht wahr? und wenn wir unseren Geist ausrichten auf diese Aktion dann ist Tag 1 danach jeder Tag dann gibt es nur einen Tag das ist dieser Tag das ist heute und zu diesem Tag heute können wir dann in Erfahrung bringen dass alles das Sühne übergeben wurde durch die Sühne aufgehoben wird und dass wir uns wirklich keine Sorgen machen zu brauchen wie das funktioniert und wann es endlich dann für uns vollständig funktioniert hat oder soll sondern dann wird wirklich Vertrauen gebildet und dieses Vertrauen wird zu einem wahren Glauben ein Glaube dass alles Licht hier ist genug Licht hier ist um die Gesamtheit unseres kleinen Traumes im Licht zu verschwinden zu zu lassen unsere Aufgabe ist wirklich nur es anzuerkennen zu erkennen und anzuerkennen ja das ist das ist was es ist das ist wie es läuft so Britta wir können die Mikrofone aufmachen gibt es irgendwelche Fragen oder wenn irgendjemand etwas dem hinzufügen oder kommentieren möchte können wir das gerne noch machen haben wir irgendwas Britta was dir aufgefallen ist ja mir ist was aufgefallen das mit dem heute als ich so las die Lektion dann ist mir mit einem Mal aufgefallen dass er mal heute drin steht und dann habe ich geschaut dass es mehrere Lektionen gibt wo heute dabei steht weil wir haben ja diesen einen heiligen Augenblick nur und dann habe ich mal alle Lektionen also nicht alle aber so für mich alle Lektionen gefunden wie dieses heute beschreiben und das war sehr sehr interessant Ja danke dass du darauf hinweist liebe Dorothea das ist ja auch der klare Fingerzeig dass wir nun abgeholt werden von aller Idee von Vergangenheit hin zu einer Zukunft und immer wieder nur hey selbst die Idee heute oder dieser Tag ist ja noch zu weit begriffen aber zumindest ist das in die Richtung zur wahren Wahrnehmung lass es ist auch eine Idee die in den Zwölf-Schritte-Programmen große Betonung findet lass diesen Tag für sich selbst sein und lass diesen Tag dir zeigen dass er genug ist für für deine geistige Gesundung und für deine spirituelle Erholung sozusagen in diesen Tag erleben ja also wir in dem Sinne werden wir ausgerichtet ich brauche nur die heutige Lektion umsetzen in Erfahrung bringen und das ist alles ich brauche nicht ich brauche nicht einmal mir selber sagen okay das habe ich ja alles gelernt und aus den vergangenen Lektionen oder mach mal einen kurzen Blick was die morgige Lektion mir anbieten wir können es machen aber diese eine Lektion am heutigen Tag reicht vollkommen aus für die Vervollständigung unserer Transformation des Geistes uns zu erinnern wer wir sind tatsächlich nur ein Moment außerhalb der Zeit ist ja fällt mir wieder ein was ich sagen wollte dazu genau und da erinnere ich mich an das Wort Gottes dass ich dass mich das ganze Leben durch begleitet schon von Anfang an und zwar im Hebräer da steht nämlich auch und heute hat Gott einen Tag gegeben an dem wir seine Stimme hören sollen ja danke 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 ja da darf auch wie du geschrieben hast im Chat da darf auch ein kleiner Teil französisch dabei sein ne ein kleiner Teil französisch ist auch dabei verstehe ich jetzt nicht ja das kannst du interpretieren wie du magst kann ich schon danke danke möchte noch jemand was sagen das ist wie es sich anhört wenn wir alle etwas sagen ne wenn wir alle sein Wort sprechen danke wunderbar danke euch ihr Lieben wünsche euch noch einen wunderschönen Abend ok wir können noch die Aufzeichnung ausmachen und ich habe noch einen Song